Vom Parkplatz weg gleich den Feldweg neben der Strasse nehmen. Abzweigung zur Bergstraße Abzweigung zur Bergstraße Abzweigung zur Bergstraße Abzweigung zur Bergstraße Abzweigung auf 732 Meter Abzweigung zur Bergstraße Rastplatz mit Mondsee und Scharfbergblick Abzweigung zur Bergstraße Wanderung auf einen Karrenweg zum Kamm Am Kamm nehmen wir den Pfad links Abzweigung zur Bergstraße Abzweigung zur Bergstraße Abzweigung zur Bergstraße Serpentinen auf den Hochblättspitz Abzweigung zur Bergstraße 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 Vielen Dank. Gipfel mit Rastplatz. Kurzer Weg zum Aussichtspunkt Attersee. Abfahrt hochkupf. Abfahrt hochkupf. Attersee. Abfahrt hochkupf. Abfahrt hochkupf. Links nach den Baumstämmen die unscheinbare Alinaquelle. Rechts ginge die Abfahrt zum Egelsee. Hollerberggraben. Hollerberggraben. Links die Tour zwölf Kilometer hinauf. Hollerberggraben. Hollerberggraben. Höblingskugel. Hollerberggraben. 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 Aussicht auf Mondseeberg beziehungsweise Kulmspitze. Der Kreis schließt sich beim Rastplatz Mondseeblick. Blick auf die Geisberghalbinsel und die Drachenwand auf der anderen Seite des Sees. Linksabzweigung auf 732 Meter. Die Rastplatz Mondseeberg beziehungsweise Kulmspitze. Nach der Brücke über die Wangauer Aache rechts zum Pfad. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020